Willkommen zurück zu Wittendorfraaam Wir haben schon mal die anderen beiden Kisten gesucht Die war jetzt hier auf der Map Und die letzte ist da oben, da haben wir auch noch einen Händler entdeckt Da habe ich diese tolle Pumpkin-Waffe her Was hast du draus bekommen? Irgendwas grünes Echt? Ich habe das Kostüm des Kavaliers bekommen Echt? Nice! Oh hier, guck mal, wenn ich auf den Boden schlage Ach geil Genau, da war ein Händler, den zeigen wir gleich Das ist eine sehr gute G-Bahn Genau, war ein Gegner, wenn man den besiegt Und den gibt es wahrscheinlich auch auf anderen Karten Und der verkauft dann so diese lila Waffe Diese Pumpkin-Waffe oder auch andere Waffen Ein paar coole Gegenstände Ja, auch einmal diesen Sonnenstrahl-Zauber nochmal in Gelb Der war sehr stark, den habe ich mir auch gegründet Weil ich hatte so viel Kohle So, da ist er G-Bahn Gab es bei dir diesen Sonnenstrahl-Zauber? Ja, den habe ich auch gekauft Den gab es bei mir gar nicht Bei mir gibt es Flimmern Und auch ein paar Karten Ja, die waren jetzt auch nicht so Nö, das wichtigste Und da ist auf jeden Fall auch die letzte Kiste Oh stimmt, hätte ich jetzt fast vergessen So, 6 von 6 Das heißt Karte Ah Hier war auch schon wieder alles abgeschlossen Alles abgesahnt Und hier unten müsste denn Da geht es weiter Ja, warte, ich wollte mal kurz ins Schloss gehen Und von da auf die Karte schauen Weil ich meine in dem letzten Gebiet War auch noch eins, was wir nicht gemacht haben Da waren mindestens zwei noch So, das war der Friedhof hier Und da unten ist noch mehr Ach du Scheiße Äh, dip 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 Ah, ich denke mal das oben hier Da geht es wahrscheinlich in den nächsten Bereich Ich gehe auch davon aus, dass wir da hinten Also bei dem anderen auch noch hinkommen Achso, ne, da ist nur noch eins, ne? Stimmt Hier ist noch dieses leblose Haus Ja, dann gehen wir da rein, oder? Ja, und ich denke mal dieses Händlerviertel geht dann weiter nach oben weg Warte mal, hast du da auch Kopfgeld drunter stehen? Ne, ne, oder? Ich habe da Kopfgeld 0 von 4, mal gucken Okay Wir können schon da oben hin? Kuriositätenkab... Ach, das ist... Kuriositätenkabiert des PvP Ja Ah, okay Also gehen wir jetzt erstmal ins leblose Haus rein Erschlage Monster mit Fluch der Zeit Erschlage Monster mit mehr als 50% ohne Tränke einzusetzen 30 Stück Uh, okay Erschlage Monster mit der Bösartigkeit und Fluch der Schmerzen Also sind es auch schon wieder drei Flüche, die wir aktivieren müssen Ah, Fluch der Schmerzen ist so scheiße Erschlage Lord Valerie Erschlage den Koch innerhalb von 45 Sekunden ohne Tränke zu verwenden Schön Okay Erstmal auf Flüche und Lebensenergie nicht verlieren Würde ich sagen Ja, und Erschlage Lord Valerie Ja, das geht ja von selber Aber dann den Zeit erstmal außer Acht lassen Also gehe ich direkt mal auf Fernkampf Ich habe auch so coole Sachen gesehen Oh nein Wow Oh, 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 pfff Okay, ich habe... Oh, 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 oh mein Gott Okay, ich habe jetzt schon... Oh ja, ich sehe, du hast gekackt Ich bin schon tot Was? Hä, was hat mich denn so schnell gekillt? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Auf Fernkampf zu gehen Zeit ist abgelaufen Und dann schlage ich den Kopf Alter Ja, machen wir das danach einfach ohne Fluch Dann sollte das funktionieren Man sieht doch nie ein Level von denen, ne? Man weiß nie... Sind die jetzt stark? Sind die normal? Ja Ach, da ist der Koch schon, okay Ja Huch Der hat sich denn jetzt weggeportet Ja, das ist scheinbar die... Das doof ist ja immer auch diesen Fluch der Schmerzen Wir kriegen ja ab und zu einfach so Leben abgezogen Ja, das ist wahrscheinlich vorhin passiert Denke ich mal Oh, fuck, 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 fuck Irgendwas hat mich vorhin gewonnen, fuck, 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 fuck Irgendwas hat mich vorhin gewonnen, fuck, 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 fuck Oh, zwei Sachen abgehakt Durch der Schmerzen Manchmal spawnt mein Hammer so kleine Pumpkins, die explodieren Lebt der Koch immer noch? So, der heilt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Ah ne, der ist ja schon einmal tot gewesen, ist wieder aufgestanden Oh, ich bin tot Der hat mich wirklich umgenockt Die zwei haben wir es geschafft Eins haben wir noch den Lord Valeri Ja, dann können wir jetzt die Flüche ausschalten, oder? Ach ja, komm, lass mal Von dem Rest ist es durch Ja, irgendwelchen Schmerzen Ich mach die... Ich hab Tyrannei wieder angemacht Und äh... Fluch der Zeit Ja So, respawn Meine Fresse Die haben wir auch reingeklappt Krasser Shit Ich mag ja diese Boss Fights, ne? So mit der Spinne und sowas Das fand ich mega Freu ich mich schon auf den nächsten Oh, diese Bubble die reingeklaßt Und... It's Hammer Time Uh Ich freu mich auch auf die ganzen Epics So einen Granatwerfer der Hühnchen verschießt Habe ich schon gesehen Da gibt es so richtig coole Sachen Echt? Ich hätte gerne noch eine vernünftige epische Nahkampfwaffe Bis jetzt habe ich ja nur dieses... den Kack hier Also den Rab hier Ja Also den Hammer finde ich schon mal ganz cool Das fängt schon mal gut an Ich meine der wird jetzt auch nichts besonderes sein Denke ich mal aber Endlich mal was Neues Ah hier ist die Kiste Hier ist auch Lord Valerie Topfekt Ah die Sensor könnte ich auch mal ausführen Ist auch eine Epicsense Hier hast du die Kiste hier genommen? Ne noch nicht Da fehlt noch einer ne? Ja ein Geheimnis fehlt noch Und den Rest müssen wir im nächsten Run machen Hier glaube ich Jo hier ist das Geheimnis Easy peasy So Ich wollte auch jetzt mal So ich kann ja mal hier die Epicsense zeigen Uh die sieht ja cool aus Oh ja Die hat Cooldown Reduktion Das heißt man kann öfter den Wirbel machen Äh ich wollte die Schrotflinte mal wieder nehmen So jetzt erstmal raus Jetzt mach ich aber alle äh Ja Alle Flüche aus Jetzt lass mal direkt auf den Koch gehen Ach scheiß warte ich bin wieder reingegangen Ne ich bin rausgegangen Stimmt So warte ich bin jetzt da draußen Ladebildschirm Hallo Ladebildschirm Hallo Ladebildschirm Ah Ah so Ok Ok das ist rein Direkt durch so Direkt auf den scheiß Koch Ah Die Residenz des verstorbenen Lord Valeri Er hat immer die großartigsten Feier im Veranstalt Oh Ok der Koch macht so mega Schaden Exquisite Blutnest Sein Koch hatte wahrhaft den besten Geschmack Sehr schön Ok Und der andere Ja Noch ist nichts verloren Bei mir Ich bei mir auch nicht Oh aber da oben sollten wir nicht reingehen Da sind die ganzen Gargoyles Und die Gargoyles sind mega kacke Ich will euch hier nicht drin haben Ok Oh ja Oh ja Bam Ha geschafft Der geiler Shit Ja das ist perfekt dass die ganzen Skelette jetzt hier kamen Mit der Flamme noch Alles schon reingelaufen Das Schrot flint die manchen eigentlich auch Also ich meine die Fähigkeiten Der normale Schuss ist meistens nicht so stark Die Fähigkeiten sind aber super Dann sind wir hier fertig ne Ja das war ja easy going Dann geh ich mal zurück ins Schloss Von da kann ich mich auf die Karte gucken Äh Ne so Also haben wir hier alles abgehakt Das heißt Wir hätten jetzt ja Verlassene Katakomben Gehen wir erstmal zum Zwiebelviertel Obwohl das Zwiebelviertel wird wahrscheinlich ein neues Gebiet sein Das sieht auch so aus Ich würde auch Mausoleum der Knochen machen Ja Ja und lass bei Verlassene Katakomben anfangen Also nur zwei Geheimnisse Müsste ja ein relativ kleines Gebiet sein Ich schlage Eisen den Jüngsten Das ist automatisch Ich schlage Sensen der Magie mit Fernkampfattacken Ok Magie mit Fernkampf Pestilenz Nahkampf Ich schlage Monster mit 3 aktiven Flüschen Ok 1, 2 und 3 Ich schlage Monster ohne Schreiner der Dämonenkraft Sollten wir hinkriegen Oh shit Habt ihr mal wieder irgendwas umgeworfen oder so? Ne ne das nicht Ich hab, boah das war Glück Wollte ich meine E-Zigarette aufladen Ich hab den falschen Kolben abgehört Ach so So Uh das ist mies Aber es ist nichts ausgelaufen Wo ich seitlich schon hingelegt habe Äh Pestilenz Nahkampf Nahkampf Magie ist das ne? Das ist Magie Fernkampf Ich komm jetzt auch mach jetzt hier noch den einen felsig Versuche ich zumindest Keine Dämonenkraft und keine Tränke glaube ich ne? Hast du schon kaputt? Ah ne Oh ne ohne Schreine oder Dämonenkraft Also tränke ich nochmal nehmen Oh level up Oh ist jetzt schon fast ne Dämonenkraft gezündet Oh Oh Das ist auch so flex Haha Ok Da unten ist noch ein Magie Viech Excels- Excelsius Excelsius Ne, keine Ahnung Ich meine Magie Exzins Und dahinter ist glaube ich Pestilenz oder? Wow 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 Ist jetzt gerade alles explodiert hier Oh schon wieder fast ne Dämonenkraft gezündet Alter Fuck 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 Ich lenke ihn ab mit der Nahkampfwaffe Ok der ist down Das ist ja krippelt nur Jaja Wow Oh ich darf den da hinten nicht treffen Also erstmal Ferngampfwaffe ausrüsten Shit Ey Oh, gut Schaden raus, die Scheißdinger Naja, die machen ja jetzt mehr Schaden wegen dem Scheiß Schreien Oua, oua, oua Wegen Fluchen, wegen Schreien Okay 18 von 15 Ah ne Das wäre ne Pestilenz Keinen Schreien nehmen Oh, peel her Magie Fuck, ich hab mich getraut, boah ich mach nie Schaden Alter Ja, das ist wegen dem Scheiß Blut Nein, 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 nein Oua, fuck Ach wie geil, immer wenn ich mit dem Kopfschuss einen töte, ist der Kopfschuss direkt wieder ready. Ist das an der Waffe? Okay, Magie mit Fernkampfattacken abgehakt. Warte, kommt das von der Waffe oder von was kommt das? Achso, ja, da bin ich 27. 20, Hund plus 100 drüsten beim Tragen eines Hammers, Hammerattacken erhalten gegen Gegner und voller Lebensenergie, 30% Schadensbonus, nice. 20% Schaden mit Waffe, schroten, über Attacken im exakten Rhythmus, Nachschussgewettung und auch Macht sind, so ne, Fick. Schwertmeister, schon bei den Hammer. So, äh, ne, ist das automatisch so bei Kopfschuss? Kodex, Waffen, schroten, so, gezitter Schuss. Lädt sich jedes Mal neu auf, wenn ein Gegner mit der Schrotflin getötet wird. Cool, wusste ich gar nicht. Okay. Wie geil, da kannst du den Kopfschuss ja, mein Gott, hätte ich das mal früher gewusst. Die Schrotflinze ja viel geiler geworden. Oh, hier ist bestimmt, ah, er hat einen Trug. Ah, ja, ja, das ist eine unsichtbare Wand, ne? Unsichtbare Wand, boah. Oh, das war so klar. Oh, geil. Kann ich jetzt Dämoniskräfte einsetzen? Äh, jetzt bin ich tot. Scheiße. Oh, oh. Ja, die hat mich eingekesselt. Ich habe aber gerade zwei Belohnungen gekauft. Ja, das war ich glaube ich schuld. Ach so, flug der Bösartigkeits hochgegangen und eine Aufgabe abgehakt. So, jetzt können wir, den einen Fluch mache ich auch, der geht nur auf den Sack. Ja, theoretisch habe ich doch. Oh man, ich komme hier nicht weg. Oh, das ist ein Pumpkin, der explodiert ist. Oh, das sind zwei Stücke. Oh, voll geil. Da ist die Kiste. Eins mit zwei Geheimdiensten, sehr schön. Oh, das Spiel macht so Laune. Ich weiß nicht warum, aber es macht so Laune. Ich schlage Eisern. Es ist nichts schiefgegangen, voll gut, obwohl ich gestorben bin. Ja, alles gut gelaufen. Die anderen kommen automatisch die Essenzen. Wahrscheinlich, weil das jetzt die Magie-Essenz-Seite, das andere ist dann die Pestilenz-Essenz-Seite. Okay, ich kann wieder nachkämpfen. Ich benutze lieber nachkämpfen. Ich mag meinen Hammer, ich habe mich daran gewöhnt. Ja, hier sind sie, Tatsache. Diese Monster könnten etwas zu zäh für dich sein. Was? Lass mich dir helfen. Das war ungerecht dir gegenüber, Viktor. Du bist so ein großer, starker Jäger. Äh. Okay, jetzt willst du. Du hättest dich auch selbst erledigen können, da bin ich mir sicher. Hat der dich jetzt getötet? Ich glaube, ja. Oh, hier sind sie wieder. Oh, shit. Wir sind wieder da. Ich muss mal noch herausfinden, wer das ist. Ja, was stimmt. So. Ist noch eine Pestilenz. Ich wollte erst mal eine Höllenfähigkeit hier reinknallen, aber nicht, dass ich dann ausgesehen die scheiß Pestilenz kille. Ja, komm schon. Ja, dreh lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. So. Okay, noch eine Exzenz. Exzenz. Essenz. Exzenz. Exzenz. Exxelsio. Exxelsio. Da hinten ist sie da. Excalibur. Excalibur. Für Dynamo. 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 Ronny, der Elche Paladin. Ja, oh, das war so gut. Das war so witzig. Oh, ja. Alley Mania. Mega. Einfach mega. Problem ist es, dass ich echt wieder Bock habe, World of Warcraft zu stoppen. Das ist so unglaublich. Das macht mich so kaputt, ne? Das macht mich einfach so kaputt. Ich denke immer so, wenn ich dann denke, das ist so voll cool, dann sage ich mir immer, nein, das bildest du dir nur ein. Das ist voll kacke. Das ist wie die vergangene Ex nach der Trauerzeit, war früher in der Beziehung immer alles noch gut. Ja. Dann redet sich dann immer alles gut. Das ist genau das. Man hat die gleiche Trennungsphase wie in Beziehungen mit World of Warcraft. Wie war es nochmal? Wenn die Freunde mit einem Schluss macht, erste Woche, dann siehst du so. Beim Mann steigt einfach immer der WoW-Charakter weiter hoch, bis er so einen überhaupt Charakter hat. Ich habe das zuletzt gesehen mit der Unterschied, Trennungsphasen, Männer und Frauen und dann Frauen, die dann am Anfang feiern gehen, dann abstürzen und bei Männern Captain America, Deadpool, Suicide Squad. Das habe ich auch gesehen. Ich glaube, ich habe auch einen neuen Gag. Neuen Gag. Neuen Gag. Oh Gott, da war jetzt noch die Diskussion. Sagen die Neuen eigentlich in ihrer eigenen Sprache als Neuen aus ihrer Sprache oder Nein in Englisch? Nein, ich sage Nein Gag, nicht Neuen Gag. Neuen Gag. Neuen Gag. Sonst muss ich auch Neuen Gag sagen. Aber alles getötet? Ne. Den Jüngsten. Der Typ fehlt noch. Der Hauptfuzi. Der muss noch den Jungen töten. Ja, meinst du, der fehlt. Ich habe auch letztens einen Comic gesehen. Da beschwören so zwei Kuntentypen. Satan. Und dann sind sie so, oh, Satanas, bitte gib uns ein Teil deiner Kraft. Was habt ihr als Tribut? Und der erste Typ kommt so, ich habe mein Erstgeborenes für dich. Oh, die Kraft ist gut mit dir, mein Junge. Hier hast du meine Kraft. Und was hast du als Tribut? Zehn Dollar. Oh, die Kraft ist auch gut mit dir, Junge. Oh, der andere so, was? Echt? Er muss mit der Zeit gehen, ne? Oh, fuck, ich bin fast tot. Oh, fuck yeah. Down with the sickness. Down. So. So, bam. Los, Kürbis. Gib mir deine Kraft. Heil dem Kürbismann. Heil, Froschgott. Heil, Froschgott. Heil, Hypnokröze. Das war bei, ähm, bei Drone Together war das doch, ne? Jeder weiß, ob das Froschgott der einzige Gott ist. Von Drone Together, ich liebe es. Wusstest du, dass es einen Drone Together Film gibt? Echt? Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Verdammt. Aber der soll auch echt scheiße sein. Echt? Schade, ich mochte Drone Together. Ja, Drone Together ist der Hammer. Oh, jetzt fehlt ein Geheimnis. Oh, ja. Am Anfang, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, ist das für ein Scheiß. Dann habe ich dir so ein paar Folgen reingezogen und habe immer so, boah, wie gut das ist. Das ist so ein bisschen wie, äh, Archer. Archer fand ich auch am Anfang voll scheiße. Das stimmt, das wird auch immer besser. Und dann habe ich jetzt irgendwie mal am Stück alle, also fast alle Staffeln hier noch nicht alle durch, äh, angeguckt und das ist so gut. Möchtest du Aids bekommen? Das ist der Weg, wie du Aids bekommst. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, hier. Ich muss hier durch so eine Wand springen. So, 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 so eine. Oh. Seltsame Wand. Habe ich vorhin gesehen. Ich habe mir noch überlegt, ob ich da... Ah, ne. Ach, ne, das war doch was anderes. Da ist er. Oh, ne Dämonenseele. Oh. Ich habe ne Dämonenseele bekommen. Ein rotes Item. Ein rot. Ja. Immer wenn so ein Kürbis ausfloppt, kommt so ein... Wuit. Wuit. Das klingt so lustig. Was ist denn das jetzt? Dämonenseele? Oh, ich habe ein Level up. Da, Dämonenseele. Ah, gelb. Tausche diese bei Gaben gegen besondere Gegenstände ein. Uh, der ist doch bestimmt noch da, oder? Ach, ne. Hier ist es ja nicht so, dass die Map so bleibt. Okay. Dämonenseele bei Gaben eintauschen. Interessant. So, und dann gehe ich nochmal zum Schloss. Von da aus kann man sich gleich da rüberporten. Dann machen wir das nächste noch. Und nach dem nächsten machen wir dann wieder einen Cut. Gut, ja. Gut. Kaum so neben der Knochen. Erschlage die sieben Zwerge. Okay. Den Insider verstehe ich nicht. Erschlage Skelette innerhalb von... Pfff, 200. Oh. Besiege Vale, den Unsterblichen ohne Schreine und demonischen Kräfte einzusetzen. Besiege Vale, den Unsterblichen innerhalb von 20 Sekunden. Besiege Vale, den Unsterblichen... Fünf aktiven Flüschen. Okay, wir machen erstmal ohne Fluch die anderen. Oder? Ja. Bööö. Oh. Wo kam das her? Oh. Störgeräusch. Ah, okay. 200 innerhalb von der Zwerge? Schnell, wir müssen skillen. Das ist bestimmt so ein Endboss. Oh. Tatsache. Das ist Vale. Das ist ein Dämonenjäger von der WoW. WoW. Wo steht der da vor dem? Ach die Scheiße. Oh, der scheint ihn zu kennen. Der hat aber nicht viel aus. Das ist dadurch bestimmt nicht alles. Na, glaube ich auch nicht. Wir haben auch gar keine Skelette gesehen. Stimmt. Du kähmst nicht mal auf die Hälfte all der Dinge, die man mit einer Leiche anfangen kann. Geschweige denn mit hunderten davon, dieser Kerl, ich muss seiner Seele folgen, um das Phylakterium zu finden. Ach, Phylakterium, alles klar. Keine Schreine, ne, oder wie war es? Ja. Das war super. Los, Pumpkin Hammer. It's Hammer Time. Pumpkin Man. Wow, der ist einfach gegen meinen Bildschirm geflogen. Oh, es wird doch ein bisschen knackiger, wenn ich gedacht habe. Oh, hier ist er einfach mal. Okay. Fuck, ich müsste mich eigentlich verheilen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ne, ich muss mich heilen. Ach, scheiße. Keine Dämonenkräfte. Ach, scheiße. Ich habe gedacht, keine Heilung. Scheiße. Fuck, habe ich auch nicht dran gedacht. Ich habe echt gedacht, keine Heilung. Aber Schreine und Dämonenkräfte waren es. Shit, ich habe jetzt auch leider meine Lust. Ja, aber dann kannst du doch den Zeiterfolg knicken, ohne den Zeiterfolg. Dämonenkräfte, ey. Egal, beim nächsten. Na ja, wex kann ich mich jetzt heilen. Ja. Boom, boom. Boah, fuck. Boom, bitch. Okay, weiter, weiter, weiter. Uuuuuh. Da kann ich mich auch hier heilen, so. Ah, er fliegt hier weiter, okay. Ich schlage die sieben Zwerge einmal ein. Den Rest können wir ja in Ruhe dann machen. Da brauchen wir uns. Das ist jetzt nur wegen diesem Stress, wegen diesem Typen, ey. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt den Zeiterfolg durch. Scheiß auf alles andere. Weil jetzt sind wir einmal so weit. Ich kann wohl den Schrein nehmen, so. Da unten ist nämlich alle Zwerge, aber egal. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wie es geht. So, das ist gut. Ah, da ist er ja. Okay. Fuck. Okay, okay, okay. Alles klar. Der heilt sich gerade hoch, oder was? Ah, da ist das Ding ja schon, okay. Immun? Was? Oh shit. Nein, ich bin tot. Ich habe zu viel reinbekommen. Shit. Oh, oh, oh. Ich bin gleich wieder da. Oh, 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 oh. Ah, das ist auch doppelter Schaden noch. Ich muss schnell hier doppelter Schaden nehmen. Hilf, wo ist das Ding hin? Ich habe es kaputt gemacht. Töte den Leichner, man muss eigentlich für alle Mal zu besiegen. Wow, das war knapp. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ist ja auch viel Schaden gemacht. Habe ich das jetzt, wenn wir den letztes Mal töten, oder müssen wir jetzt noch was anderes finden? ja er ist down oh sowas legendary mäßiges also epic aber jetzt müssen wir ganz schnell so viele alter oh mein god da können wir noch mehr jetzt schnell so viele skelette wie wirklich töten am besten wir teilen uns auch da habe ich auch eine kiste gesehen scheiße das hier sind zwerge oh du musst jetzt das erste mal richtig wieder heiltrecke schlucken ich auch beim zweiten mal kann man sich zeit lassen dann hat man nicht diesen zeitdruck mehr es wird aber knapp oh oh das ist gut shit schon wieder 163 ich komm schon einmal so ein richtiger skelettbrut hier bitte ach hier bei mir ein bisschen ein paar habe ich auch gerade aber könnten mehr sein scheiße ist nur ein schwein und bei mir kommen schon einige ja alles ist gut wir haben es 179 steht bei mir scheiße du hast es nein ich nicht oh hier kommen aber gerade bei mir noch viele also wir dürfen doch nicht zu weit auseinander ja ja wirklich dann war es meine schuld ich bin selbst schuld wenn ich es jetzt nicht mehr kriege nein komm schon 192 bei mir sind ja noch ganz viele ich versuche gerade dahin zu kommen ah shit 20 Sekunden das gibt es doch nicht versuch so wenig wie möglich zu töten ich bin nicht ich kämpfe gerade gar nicht gegen die oh hier das komm 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 ja das war ein paar Sekunden vor Ende eh jetzt habe ich an einer Stelle noch gefunden wo richtig viele waren 4 von 7 Zwergen 4 hast du 5 5 scheiße ok wir hätten also zusammen bleiben müssen ja ich glaube die kacke jetzt habe ich 5 ja jetzt ist es ja eh fast eigentlich vorbei ich glaube es gibt bestimmt nur 7 hier wahrscheinlich ich guck mal ob ich noch welche ich finde überall noch Gegner so ist es nicht ich habe hier auf jeden Fall eine Kiste gefunden jetzt finde ich hier jetzt finde ich hier auf einmal hunderte von Skeletten ne alle auf einem Haufen alter wie viele das sind was eine kranke scheiße toll jetzt wenn es nicht mehr nötig ist hast du schon Geheimnisse ich hatte vorhin eine Kiste gesehen aber die habe ich erstmal außen vor gelassen weil wir so unter Zeitdruck waren aber ich habe noch keins eine habe ich gerade gefunden muss hier irgendwo in der Nähe sein ja ein bisschen ich zeig dir gleich wo hier sind auch noch Teile die bei mir ganz dunkel sind hier ist ah hier ist noch ein unsichtbarer Weg ok ich glaube das ist der ja genau das ist die die ich auch habe hier geht so ganz lang und dann ja da ist einer ein Kürbiskuchen epic was ist das denn ja das heißt beim nächsten Versuch auf jeden Fall zusammen bleiben ja ich habe gedacht das wäre egal hauptsächlich sind im selben Gebiet ja doof gelaufen hätte keine Ahnen können jetzt können wir noch schnell die Geheimnisse suchen genau jetzt auch noch in Ruhe hier machen die Geheimnisse und danach noch mal Cut und den nächsten Try gibt es dann den nächsten Part die scheiß Geheimnisse hätte ich jetzt gerne noch ja jetzt weiß die Zwerge ja das kann man vergessen ja da haben wir wahrscheinlich wie viel habe ich denn fünf ja ah hier was ist denn das auf jeden Fall ist hier was auf jeden Fall ist hier was aber ich komme ach doch hier hier komme ich vorbei wow jetzt gerade habe ich mega lag hu weg und eine habe ich vorhin noch sogar gesehen hier ist ja gar nichts eine habe ich irgendwo beim rüberspringen hinter einer Mauer gesehen was ist was ist was ist äh was ist denn regulären Weg gefolgt ne 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 mit Sucherei auf der anderen Seite da ist sie weißt du weißt du ob ich da jetzt rüber komme ist die Frage da ja ich auch aber weil höhe können wir nicht einfach Wandsprung machen so fertig wird das stimmt schon getrunken getrunken ich bin was ich kann auch nicht Kohle 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 ist der Ausgang der Außen ist hier ist sogar noch ein Weg den ich nicht erkundet habe ach so den habe ich schon freigemacht so da whoop Friedhof raus und Friedhof rein ich habe gerade mal eins abgehakt ja besieger werden entschuldigt ohne Schrein und Dämonenkräfte einzusetzen innerhalb von 120 Sekunden ok das haben wir auch nicht geschafft ne dann müssten wir echt nur auf den gehen und alles andere ignorieren mhm dann das 1 und 3 machen 1 und also oh ich bin tot äh ich auch ok ich glaube weil da irgendwelche wir stehen glaube ich vor dir ja wir stehen ja ok musst du rein? ne ich bin draußen ich fehle jetzt nicht sicher aber ich wollte ja einen Cut machen achso ja warte dann gehe ich raus achso ach ja stimmt Cut habe ich nicht vergessen Aua Champion Schnitte ich dachte das hier würde kürzer werden als Grim Dawn weil Grim Dawn gehe ich davon aus dass es länger wird aber ich denke das wird schon kürzer als Grim Dawn aber weiß ich nicht aussieht nicht mehr so viel kürzer wie ich gedacht habe haha ja das sagt sie mich auch ich dachte das könntest du so ein 1-2 Sessions hier durchspielen ne das wären glaube ich eher so 4-5 ja gut wir haben wahrscheinlich auch weiter hätten wir jetzt nicht so dieses Engagement alles 100% durchzuspielen ja das stimmt aber sonst wäre es langweilig ja eben ich mag es ja Herausforderungen muss sein außerdem habe ich es versprochen ich kann es keinen Rückzieher machen ja außerdem will ich 100% hin Run Schreiber 100% Run unser erster 100% Run was haben wir nicht schon mal 100% Run gemacht? wo? ich weiß es nicht nicht irgendwo nein da Dark Souls ja stimmt Dark Souls ist aber noch nicht fertig aber ich habe da Level abgemacht äh der Blitz 20% Schaden gegen geschockte Gegner mir ist 20% Cool dann für Cool wow das ist mal mega äh aufs Blitzgewehr Rapier Pfff Kanone Pfff so Leute hier machen wir einen Cut in der nächsten Folge seht ihr dann wie wir uns nochmal daran versuchen ich denke wir müssen das mindestens noch 2 mal oder 3 mal vielleicht 4 mal wir werden es sehen also Ciao Ciao